Du hörst den Mindset-Podcast mit Julia Lahrkemper, Folge 38. Willkommen zum Mindset-Podcast. Hier lernst du, wie du dein Gehirn mehr zu deinem Vorteil einsetzt, souveräner mit Herausforderungen umgehst, in deiner Selbstständigkeit mehr Geld verdienst, produktiver arbeitest und dir letztlich das Leben erschaffst, dass du wirklich leben willst. Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Lahrkemper. Hier draußen hängt noch eine neblige Suppe, aber in mir ist der Frühling los. Also ich bin total bereit, ich merke, ich habe wieder Energie, ich schlafe mehr, ich habe mich richtig gut um mich gekümmert und gut für mich gesorgt. Und mal das Netflix sein lassen und nicht so viel auf Social Media rumgescrollt, sondern abends Yoga gemacht oder bin in die Sauna gegangen oder einfach früh schlafen gegangen. Es ist fantastisch. Und ich werde oft gefragt, was kann ich denn tun, um selbstbewusster zu sein oder mich selbstbewusster zu fühlen? Und ich kann nur sagen, geh morgens joggen. Das ist die beste Medizin für ein gutes Selbstbewusstsein. Unfassbar. Ich war mit einem Freund gestern, um halb sieben sind wir losgelaufen. Wir haben kurz debattiert, ob das jetzt zu verrückt ist oder nicht. Wir haben es gemacht. Und es war der Hammer. Und dann an solchen Tagen kann ich einfach Bäume ausreißen. Also ist natürlich jetzt kein ernst gemeinter Vorschlag für alle. Es wird so ein Lauf-Podcast, dieser Mindset-Podcast. Nein, ich möchte heute mit dir über Geld sprechen. Natürlich, das ist mein Lieblingsthema. Und zwar, wenn du dich fragst, wo ist denn das Geld? Ich arbeite so viel, ich drehe an tausend Stellen, ich bastel meine Website, ich schreibe Newsletter, ich überlege noch, welche Branding-Farben ich brauche und habe ein Merchandise entwickelt und habe jetzt schon T-Shirts und Hoodies und Tassen mit meinem Logo drauf gedruckt. Wo bleiben denn die Kunden? Wo bleibt das Geld? Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass viele selbstständige oder startende UnternehmerInnen einfach zu viel Zeit in zu viele unwichtige Projekte stecken, in unwichtige Aufgaben stecken und auch ganz viel Zeit damit verbringen, unklar zu sein, verwirrt zu sein, gestresst zu sein, Angst zu haben, nervös zu sein. Und die drei Schritte, die ich dir heute mitgebracht habe, die helfen dir, dass du da rauskommst. Und die sind ziemlich simpel. Es ist nicht immer einfach, sie dann auch wirklich umzusetzen und diese Schritte zu gehen. Aber jeder kleine Schritt auf dem Weg ist gar nicht kompliziert, sondern es geht darum, halt immer wieder tief durchzuatmen und zu sagen, okay, ich kann jetzt den nächsten Schritt, kann ich auch machen. Den nächsten Schritt kann ich auch machen, um dann irgendwann diese Summe der kleinen Teile zu erleben. Und das ist einfach total schön. Und das hatte ich in einem der letzten Podcasts beschrieben. Beim Laufen ist das ganz genau so. Und das finde ich so spannend, halt wirklich zu sehen, wie du kannst mit irgendetwas anfangen, von dem du glaubst, dass du es nicht kannst, sei es jetzt Joggen gehen oder ein Unternehmen führen. Und wenn du einfach nichts anderes tust, als einen Schritt vor den nächsten zu setzen und dich von Menschen zu beraten, die an einem Ziel sind, wo du auch ankommen willst, sei es zehn Kilometer zu laufen oder dein Unternehmen profitabel und erfolgreich zu führen, dann ist es wirklich nichts anderes, als diese einzelnen Schritte zu gehen. Und drei große, die möchte ich dir heute mitgeben, damit du weißt, wie mehr Geld auf deinem Konto landet und wie dein Business auch letztlich profitabel wird. Weil das ist etwas, das sage ich hier und da auch mal provokativ auf Social Media, wenn dein Business nicht profitabel ist, ist es ein Hobby. Und das tut manchmal weh, das zu hören, aber das war auch etwas, was ich mir gesagt habe und dann mich entschlossen habe zu sagen, okay, aber wenn ich eine Firma haben will und auch Angestellte haben will oder meine Mission und Vision umsetzen will, dass so viele Frauen wie möglich im deutschsprachigen Raum finanziell unabhängig werden und in ihrer Selbstständigkeit und in ihrem Unternehmertum wirklich diese finanzielle Unabhängigkeit erreichen und Umsätze und Gewinne machen, von denen sie noch nicht mal zu träumen gewagt haben, dann muss ich rausgehen und muss das auch selber machen. Und da hilft es mir nicht, klein zu denken, sondern es hilft mir nur, wenn ich wirklich in großen Schritten vorangehe. Und für mich war halt auch ein Antreiber, nicht nur an das Heute zu denken, sondern auch an die Zukunft und mein zukünftiges Ich auch mit Geld zu versorgen, damit ich auch dann die Freiheit habe, so leben zu können, wie ich es möchte oder auch eine Firma aufgebaut zu haben, die ich verkaufen kann oder die einen Wert schafft, auch ohne, dass ich da jeden Tag involviert bin und das dann auch im besten Fall im hohen Alter noch machen kann. Wenn mein Gehirn dann noch funktioniert. Also das wird auch ganz erstrebenswert. Ansonsten gibt es gar nicht so viel zu berichten. Also ich habe mich den absoluten Fokus darauf gelegt, jetzt meine Kunden wunderbar zu betreuen. Ich habe eine fantastische Mastermind-Gruppe, eine großartige Moneyflow Academy-Gruppe, die gerade schon die ersten Erfolge feiern und richtig loslegen und wo die Glaubenssätze einkrachen. Und das ist jetzt auch genau das, worüber wir sprechen wollen. Das ist nämlich Schritt Nummer eins bei drei Schritten zu mehr Geld, dass du die Glaubenssätze, die Gedanken, die dich hindern, die Sätze in deinem Kopf, die dich hindern, dass du die erkennst, entlarvst und auflöst oder dich davon verabschiedest, sie hinterfragst, durchbohrst, abschwächst und gleichzeitig neue Überzeugungen aufbaust. Und das ist etwas, was wir in der Moneyflow Academy machen, im Money Mindset Teil und Money Creation Teil, wo du unterschiedliche Methoden lernst, wie du das machen kannst, wo du nicht nur auf der kognitiven Ebene, also nicht nur mit deinem Verstand arbeitest, sondern auch dein Nervensystem mit integrierst, sodass auch der Stress, den du vielleicht erlebst oder die Angst, die du vielleicht erlebst, weil du mental im Mangel steckst oder auch faktisch auf deinem Kontomangel herrscht, dass du da Techniken und Ansätze und Möglichkeiten hast, wie du auch diesen Stress reduzierst und die Angst reduzierst, sodass du wieder zu Sinnen kommst und tatsächlich auch was verändern kannst und auch grundsätzlich lernst, wie deine Gedanken wirklich die Ursache für dein Ergebnis sind, also dass dein Kontostand, den du gerade hast oder dein Umsatz oder dein Gewinn, die dir nicht gefallen und die durchaus höher sein könnten und wo eine Sehnsucht bei dir ist, dass sie höher sein sollten, dass du erkennst, dass deine Gedanken dafür der Ursprung sind und dass du auch erkennst, wie du diese Gedanken ändern kannst, wie du es lernen kannst, neue Überzeugungen aufzubauen. Da gibt es auch eine Podcast-Folge dazu, die verlinken wir hier gern noch, wo ich dich Schritt für Schritt auch durchführe, wie wir das machen. Und in der Maniflo Academy gehen wir dann natürlich noch tiefer und du lernst, wie du auch dich wirklich hinarbeiten kannst zu der Person, die du sein willst und die Gedanken, die Gefühle und die Handlungen, die diese Person hat. Da gibt es großartige Tools, die ich dir vermittle. Und aber ganz egal, ob du das in der Maniflo Academy machst oder anders lernst, es geht kein Weg daran vorbei, dass du an deinem Money-Mindset arbeitest, wenn du mehr Geld haben willst, wenn du diese Kapazität für Wohlstand wirklich ausbauen willst, ausweiten wirst und einfach mehr Geld in dein Leben einladen willst. Nicht nur, dass es zu dir kommt, sondern dass es auch bei dir bleibt. Und dazu braucht es beides. Es braucht abgeschwächte, limitierende oder blockierende Glaubenssätze, die dir dann nicht mehr im Weg stehen. Und es braucht neue Überzeugungen, die du aktiv und bewusst denkst, damit du in der Lage bist, auch diesen neuen Weg zu gehen. Das ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist tatsächlich, dein Geld sinnvoll zu verwalten und auch einen Plan zu haben, wie du profitabel sein kannst. Wirklich einen Plan zu haben, wie du auch dein finanzielles Ziel erreichst. und das ist etwas, was wir im Teil Money Management machen in der Money Flow Academy, wo du lernst, wie wichtig das ist, dass du dir auch selber Geld auszahlst, dass du dir Wertschätzungen für deine Arbeit entgegenbringst und dass du auch wirklich überhaupt dahin strebst, dass deine Kontostände wachsen, dass du dir auch mal überlegst, was lösen denn momentan deine Kontostände auch in dir aus? Also wie geht es dir damit, wenn du da drauf schaust? Oder hast du auch überhaupt gar kein Gefühl dazu? Ist das total neutral? Hast du vielleicht so einen Gedanken wie, Geld ist mir egal, ich will mich gar nicht darum kümmern? Und da auch zu erkennen, ist das denn wirklich so? Also möchtest du nicht wirklich Verantwortung übernehmen? Und wenn du mal so in die Position des Geldes gehst, wenn du dir überlegst, okay, das Geld denkt dann so, ach, der bin ich ja gar nicht wichtig, dann muss ich da ja auch nicht hingehen. Also das ist jetzt nochmal so energetisch gesprochen. Stell dir mal vor, wie das Geld sich fühlt oder wie es sich fühlt, wenn es gar nicht umsorgt wird. Also wie fühlst du dich, wenn du jemanden besuchst und diese Person kümmert sich überhaupt nicht um dich? Die lässt dich links liegen oder stopft dich in eine Hosentasche quasi und nimmt dich gar nicht so wahr, ob du da bist oder nicht. Also da schauen wir genauer drauf. Was macht denn das Geld, was du hast mit dir und was machst du mit dem Geld? Und in welche Töpfe willst du sortieren? Was sind Bereiche, wo du dir überhaupt kein Budget erlaubst und wie willst du das ändern? Sodass einfach nicht nur dein Heute abgesichert ist, also dass wir nicht nur schauen, dass es dir heute gut geht, sondern dass wir auch an dein zukünftiges Ich denken, dass du auch einen Teil investierst, investierst, einerseits in dein Gehirn und andererseits aber auch wirklich in deine finanzielle Zukunft, sodass das Geld für dich arbeitet und nicht nur du für das Geld. Das ist der Teil Money Management. Und auch überhaupt diesen Anspruch zu haben, profitabel sein zu wollen, das ist ja letztlich auch ein Mindset oder eine grundsätzliche Entscheidung, die du treffen kannst und hoffentlich willst als selbstständige Unternehmerin, aber auch zu wissen, wie das gehen kann. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das ist Schritt Nummer zwei. Und Schritt Nummer drei ist dann etwas, was wir im Simple Business Blueprint abdecken. Und das ist ganz simpel, dass du wirklich das ansprechende, passende Marketing an die besten Kunden mit einem simplen, klaren Angebot machst. und dass dir wirklich klar ist, wo stehst du dir auch gedanklich im Weg, was dich selber angeht, deine Expertise, was die Gedanken über deine KundInnen angeht oder KlientInnen oder die Menschen, die du bedienst mit deinen Angeboten oder Produkten. Und dass du auch schaust, was denkst du wirklich über dein Angebot und deine Produkte. Es ist ganz, ganz wichtig, dich da tief reinzugehen und auch da auf der Mindset-Ebene zu schauen. Es gibt einen strategischen Teil, um zu gucken, okay, was, wie sieht denn dein Angebot jetzt aus? Was ist da, wie kann ich dich da beraten? Was brauchst du da für Input? Letztlich würde ich behaupten, du weißt das am allerbesten. Du weißt, wie du arbeiten willst. Du hast diese Klarheit, was du machen willst, was du nicht machen willst. Du kennst deine Kunden am besten oder du bist auf dem Weg, sie kennenzulernen. Und dann gibt es vielleicht ein paar Grundsätze, die ich dir vermittle, dass ich gerade auch zu Beginn sage, nimm nicht zu viele Angebote, mach es deinen Kunden so leicht wie möglich, Ja zu sagen. Und schau, dass du die Worte wählst, die so simpel und so klar und so deutlich wie möglich sind, dass deine Leser und Leserinnen oder die Hörer und Hörerinnen, dass die wirklich wissen, okay, bei dieser Person bin ich richtig und bei der erfahre ich genau das, was ich erfahren möchte. Und wenn ich dann mit ihr zusammenarbeite, dann bekomme ich die Transformation, die ich mir wünsche oder das Ergebnis, was ich mir wünsche oder genau das Produkt, was ich haben möchte. und das ist der Weg auch dir zu erlauben, so lange schlecht zu sein in deinem Marketing oder so lange ignoriert zu werden auf deine Angebote, bis du die richtigen Worte findest und bis du wirklich weißt, wer deine besten KundInnen sind und bis du festgelegt hast und auch dir dein Angebot so stark verkauft hast, dass du sagst, ich verstehe jetzt, dass es nicht der Preis ist, bei mir oder die Länge meines Angebots oder was auch immer in meinem Angebot, sondern dass ich wirklich erkenne, es sind meine Gedanken dazu. Und wenn du dann dein Mindset komplett ausrichtest auf den strategischen Teil und dann rausgehst und Marketing machst, egal wie, es kann halt sein, dass du einfach offline mit Menschen sprichst, ganz old school, ganz wie man das früher gemacht hat oder dass du zusätzlich natürlich auch, wenn du willst, Social Media machst, dass du zusätzlich Newsletter schreibst, dass du einfach auf deine Angebote aufmerksam machst, durch vielleicht Webinare oder durch Workshops oder wie auch immer, Lives, Facebook Lives, Insta Lives, dass du einfach Menschen die Möglichkeit gibst, dich zu sehen, also dich quasi auf eine Bühne stellst und Licht auf dich scheinen lässt und sagst, hier, das bin ich, das kann ich, hier ist mein Angebot, so kann ich helfen. Ich habe den Eindruck, das ist das, was du haben willst. Wann können wir loslegen? Und das ist das, was dann natürlich auch dazu führt, wenn du dieses klare Angebot machst, dass jemand sich entscheidet und sagt, das will ich machen oder das will ich nicht machen. Und genau zu dieser Entscheidung willst du kommen. Deshalb ist es auch sinnvoll, dass du nicht so vage formulierst, sondern dass du wirklich ganz klar bist und auch bereit bist, den Großteil der Menschen einfach nicht anzusprechen, sondern zu sagen, okay, für alle, die das jetzt nicht passt, perfekt, ihr wisst jetzt ganz klar, dass es nicht passt und für die anderen, die 10% aus deiner Follower schafft, die sagen, das ist genau das Richtige, was ich haben will, auf die kannst du dich dann konzentrieren und denen einen super Service bieten. Also, es ist ganz simpel, wie du an mehr Geld kommst. Erstens, du darfst entdecken, was du über Geld denkst und deine blockierenden Glaubenssätze ausräumen, durchlöchern, abschwächen und parallel neue Überzeugungen aufbauen, damit du mental vorbereitet bist für mehr Geld, für mehr KundInnen, für mehr Erfolg und deine Kapazität zu haben, ausweitest. Was du dann auch brauchst, ist ein funktionierendes System, wie du dieses Geld, was dann zu dir kommt, auch verwaltest, dass du wirklich in die Verantwortung hineingehst, diese Verantwortung übernimmst für deine Selbstständigkeit, für deine Firma und bereit bist, dieses Geld sinnvoll zu verwalten, damit es einen Job hat, damit es dir dienen kann, der Firma dienen kann und dir Möglichkeiten erschaffen kann. Und Geld liebt Ordnung, Geld liebt es, eine Aufgabe zu haben. also das habe ich so gelernt und das gebe ich jetzt einfach so weiter. Ich glaube das, das sind Überzeugungen von mir und die dienen mir, weil dadurch, dass wir dieses Geld dann aufteilen, dass wir es sinnvoll verwalten, hat es einfach eine Zuständigkeit und diese Zuständigkeit macht Sinn für die Gegenwart und für die Zukunft. Und das Dritte ist, dass du das passende Marketing an die besten KundInnen mit einem simplen, klaren Angebot machst. Wenn du Unterstützung dazu haben möchtest, das sind genau die Teile, die wir auch tiefer in der Moneyflow Academy bearbeiten. Da startet jetzt bald die nächste Runde. Melde dich da jetzt an für das Mindset Bootcamp. Da gehen wir auch nochmal ganz tief auf diesen Teil ein. Das Mindset Bootcamp ist eine kostenlose Workshop-Reaktion, Reihe, die ich gebe, wo wir auch nochmal das Mindset eingehen rund um die Themen, was denkst du über dich, was denkst du über die KundInnen, was denkst du über dein Angebot und wo du wirklich lernst, dich nochmal ganz anders zu reflektieren und auch zu erkennen, wo du dir noch im Weg stehst. Allein dieses Bewusstsein zu schaffen, das ist schon ein Riesenschritt, auch auf mehr Geld zu, auch auf mehr Erfolg zu. Das findet kostenlos statt ab dem 27. März. und dann kannst du dich anmelden für die Moneyflow Academy, die dann im April startet und diese drei Schritte gehen gemeinsam in der Gruppe und von mir angeleitet und gefördert, sodass du nicht alleine diesen Weg gehst, sondern wirklich auch gespiegelt wirst und an den Punkten, wo du selbst nicht sehen kannst, wo du dir im Weg stehst. Ich habe ein Talent dafür, sehr präzise Fragen zu stellen, die neue Denkperspektiven führen und du hast die Möglichkeit, diese neuen Perspektiven einzunehmen und dann anders zu handeln, weil du einfach eine neue Erkenntnis hast, weil du siehst, wo du dir im Weg gestanden hast, wo du dir gar nicht mehr im Weg stehen müsstest. Es sind viele alte Geschichten, die du einfach nur aus dem Weg räumen musst, sobald du sie erkennst und dann auch den Weg freimachst für mehr Geld, für mehr Fülle in deinem Leben. Und das ist etwas, was ich mir für dich wünsche, weil ich sehe, wie sehr das mein Leben verändert hat und auch wie diese drei Schritte, die ich auch gegangen bin und auch immer wieder gehe, also auf jedem Einkommenslevel auch immer wieder schaue, passt das, passt mein Mindset noch zu dem, wie ich mich ausrichte, passt mein Mindset noch zu meinem neuen Ziel? Natürlich nicht, weil sonst wäre ich schon an dem neuen Ziel und auch ich arbeite ständig an meinem Money Mindset. Ich nutze die Techniken und Tools, die ich euch vermittle, auch selber und auch die Geldverwaltung ist auch etwas, was sich verändert durch sich verändernde Unternehmensstruktur, aber die Grundlagen sind halt gleich. Wenn du das einmal eingerichtet hast, gerade was die Strukturen angeht, was du mit deinem Gehalt machst, dann plätschert das automatisch oder durch dich automatisiert in die richtigen Töpfe und du weißt immer, dass du in alle Bereiche investierst, in die du investieren willst und dass du für alle Dinge, die du tun willst, Geld hast oder auf diese finanziellen Ziele zuspaßt und das macht total viel Spaß und mir gibt es so ein gutes Gefühl von Ruhe und ja, irgendwie so ein Angekommensein und dieses so, ja, das sitzt jetzt, das passt, das funktioniert und im Marketing natürlich auch immer wieder zu überlegen, wie kann ich es noch einfacher sagen, was habe ich meinen KundInnen noch nicht vermittelt, was ist etwas, was sie heute brauchen und es ist wirklich so, dass jetzt auf wirklich jeden Newsletter, den wir verschicken, ein Kommentar kommt, also wenigstens eine E-Mail oder ein Post oder eine Nachricht in Social Media, wo klar wird oder wo eine Person sagt, danke für diese Zeilen, das brauchte ich heute, genau das musste ich heute hören oder hier hat mich dieser Newsletter oder diese Podcast-Episode weitergebracht und das ist auch etwas, das passiert dir nicht einfach, dass deine KundInnen das sagen, sondern das ist eine Transformation oder ein Weg, den du ganz bewusst beschreitest, weil du immer wieder darüber nachdenkst, wer deine besten Kunden sind und welche Botschaft sie heute brauchen, nicht nur, um bei dir zu kaufen, sondern von dir zu lernen und sich von dir helfen zu lassen und da immer wieder Gedanken hinein zu investieren, das lohnt sich auch total. Also diese drei Schritte zu mehr Geld, die gehe ich permanent und ich lade dich ein, bei der Moneyflow Academy dabei zu sein. Was soll ich sagen? Es ist einfach ein unschlagbares Angebot, also schlag gerne zu, wenn du mehr Geld verdienen willst, wenn du weniger arbeiten willst und ein profitableres Business aufbauen willst. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Lass es dir gut gehen, genieß diese Woche und ich wünsche dir, dass du diese drei Schritte zu mehr Geld gehst, ob mit mir oder mit jemand anderem. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann willst du unbedingt bei der Moneyflow Academy dabei sein, weil die liefert genau das, was du brauchst. Wir gehen durch die drei wichtigsten Bereiche, die deine Geldbeziehung radikal verändern und zwar ist das Money Mindset, wo du deine Glaubenssätze erkennst und auflösen lernst mit unterschiedlichen Techniken, die sowohl dein kognitives, also dein Bewusstsein ansprechen, als auch dein Unterbewusstsein. Dann gehen wir dahin, dass wir schauen, wie du dein Geld verwaltest im Teil Money Management, dass du wirklich lernst, gut mit deinem Geld umzugehen, es in die richtigen Töpfe fließen zu lassen, unterschiedliche Budgets herzustellen und auch einfach dich regelmäßig mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen, sodass du immer genug Steuerrücklagen hast und dich keine Rechnung kalt erwischt. Und dann im Teil Money Creation lernst du, wie du durch deine Gedanken Geld kreierst. Klingt magisch, ist aber total logisch, und hat ganz viel mit Neurowissenschaft zu tun, ist total leicht zu verstehen und auch gar nicht so schwer anzuwenden. Das üben wir gemeinsam. Du bekommst zwölf Wochen intensives Gruppencoaching mit zwölf Coaching-Calls. Du bekommst noch zusätzlich Calls zum Simple Business Blueprint, wo ich dir nochmal Verkaufs- und Marketing-Mindset-Strategien mitgebe, wo ich dir auch strategisch Tipps gebe, wie du dein Business am besten aufbaust, damit du es möglichst schlank hältst, damit du es nicht verkomplizierst, damit du auch ganz simpel Marketing und Verkauf machst. Das gehört alles zum Simple Business Blueprint. Und dann hast du nach diesen intensiven zwölf Wochen, die wir gemeinsam durchlaufen, bekommst du im Kursbereich, bekommst du Materialien, Arbeitsblätter, Videos, Audios, unterstützende Übungen und die Live Calls und dann hast du noch neun weitere Monate Zeit, wo ich dich auch mit einem Bonus Call unterstütze, wo du weiterhin deine Fragen stellen kannst. In der Facebook-Gruppe bin ich weiterhin für dich da, wo du jeden Tag eine Frage stellen kannst, wo wir deine Erfolge feiern, wo wir auch schauen, wo bist du vielleicht gescheitert, hast aber was ganz, ganz Wichtiges probiert und dich auch da wertschätzen und anerkennen, dass du es zumindest versucht hast und ausprobiert hast und bereit warst zu scheitern. Alles ganz, ganz wichtige Aspekte. Du bist umgeben von Gleichgesinnten, von Selbstständigen, von Unternehmerinnen, die genauso an dem Punkt stehen, wie du stehst oder schon weiter sind und von denen du lernen kannst. Also, ich würde es jetzt sofort wieder buchen. Ich denke so, yes, das ist so cool, das ist wirklich cool. Mein bestes Wissen zusammengetragen. Also, schau es dir an, entscheide dich dafür, wenn du deine ersten 2.000 Euro in deinem Business verdienen willst oder aus diesen 2.000 Euro Investitionen, die das Programm kostet, 22.000 oder 44.000 Euro zu machen oder noch mehr. Es gibt Kundinnen, die genau das geschafft haben, also, von denen ich weiß, dass sie mindestens 40.000 Euro und mehr rausgeholt haben aus dieser Investitionen. Diese Möglichkeit steht dir auch offen. Nutze sie und sei dabei, die nächste Runde der Money Flow Academy startet im April. Melde dich jetzt an unter moneyflowacademy.de und da findest du alle Informationen zu dem Programm, du findest auch nochmal den Preis und alle Fragen, die die meisten von euch haben, haben wir auch in den FAQs zusammengetragen. Ansonsten schreib uns gerne an, dann sind wir für dich und deine Fragen da. Ich freue mich, dich in dem Programm zu sehen.